Das Reich braucht mich. Na, da bin ich ja mal gespannt. Asin. Keine Ahnung, was soll ich nehmen? Sural? Ich weiß es nicht, ich weiß es echt nicht. Ah, ich seh, ich glaub auch ehrlich gesagt, dass das nicht so gut mit Li Ming funktioniert einfach, weil der Sural rennt rein und Li Ming steht übelst weit hinten. Keine Ahnung, ich weiß nix, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Oder soll ich mal Lunara nehmen? Nee. Noch mal ein ETC, komm, mach mal ETC. Okay. Wir haben eine Level 1 Jaina im Team. Wir oder die? Wir. Level 1 oder Rang 1? Achso, Rang 1. Och, Antti kriegt ja ein Pick nicht. Ich werde eh Todes geflamed, wenn ich im Moshpit nicht setze. Da freue ich mich schon super drauf. Läute meinen Pfad. Dann geht das Geflame richtig los. Deswegen spiele ich den so ungern. Ich höre den Ruf. Ich bin bereit. Naja. Schau, Baba. Ey, nur, nur Muradin kann ich rausstunnen. Läna hat keinen Stunnen, Karasima hat keinen Stunnen. Ich sag dir, die Valla von uns würde am meisten heulen. Weil der Rang 1 auf sich ist. Ja. Erstens das und zweitens, weil es Valla ist. Der würde am meisten heulen, wenn ich gleich irgendeinen Moshpit nicht setze oder so. Ne, wenn dann der Rang 1 Typ. Glaub ich nicht. Sehen wir ja. Das ist natürlich ärgerlich, dass er nicht Jaina kriegt, ne? Jaina Main. Vor allem noch ärgerlicher, dass er an der Nase wohl spielt. Naja, mit Spirit. Das ist schon stark. Okay. Na, wenn du's sagst. Ich tippe der. Ja. Der könnte vielleicht am meisten Damage haben. Bird ist halt sehr gefährlich teilweise, ne? Weil du dann ja da so rumstehst. Wappnet euch Helden. Seid ihr bereit, Rache zu üben? Da kannst du dich drauf verlassen. 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 Ist der jetzt Valla-Bot oder? Sehen Sekunden. Lasst uns dieses vorangreifen. 4, 3, 2, 1. Toll. Was ist jetzt der Plan? Keine Ahnung. Nasebo geht mit Li Ming Tower holen, was Li Ming auch alleine kann. Ja. Cool. Also alleine mit irgendwem anders. Hey, wer war hier noch an den Busches? Oh oh. Oh oh. Oh god. Ja immerhin wissen wir jetzt mehr im Busch ist. Oh god, ich bin auch nicht mehr auf der Höhe. Ja, daspedresse verlebnis. Oh my. All right. Bling Waller Hier steht noch einer, ne? Ein Bosch Na, da bin ich ja mal gespannt, ob wir jetzt Schaden auf das Viech kriegen Boah krass, wir waren sogar schneller Nice Ach ja Der Mann hat keine Mann auf mir Azii Azii Ah, wir haben ihn noch, das ist echt gut Kommen wir die C an die Front Ich bin noch mal, das ist ja Schade Camps? Keine Camps? Mh, muss ich sagen Alle so Oh, die waren Camps Oh Oh, das war nice Ich habe leider nicht gesehen Oh Oh, ja Machen wir noch ein Flach Mh, mal eben Mh, fang Mh, mal eben Cardcam? Ich werde bald erscheinen Und mit mir Werden einen Fürst Ich werde Ich habe noch eine alle sind, na ja, ich hab auch keinen Maler mehr, die deffen doch gerade das Hardcamp da unten, guck mal, na ja aber ich hab keinen Maler mehr, ich kann nichts machen Komm, bisschen zurück Nice Komm, geh rein Schade Vorsicht, ihr seid jetzt nur zu dritt, ich bin aber auf dem Weg Geh, du mal rein Ja, nice Geister sind mit uns Nach unserem Triumph kehrt in diesem Reich wieder Hoffnung ein Ja, dann geh mal rein Drei tanzen Dann bin ich muted Geh zurück Meine Kräfte lassen nach Ich werde ein wenig Zeit brauchen, bis ich wieder vollständig genieße Aber weil er stirbt Ich werde ein wenig Zeit brauchen, bis ich wieder zum Ich möchte dieses Söldnerlager einnehmen. Ich wusste, wir schaffen das. Ja, soweit sie gut, ne? Das verlieren, da weiß ich's auch nicht. Wow, geile Pyrotechnik. Wir haben alte Gerechtigkeiten nicht. Wo sind's da? Ja. Ja. Das ist die Welt! Ja. Du bist die Welt! Ich bin aber stark. Ja. Die müssen death'n! Wir haben Angst! Wir haben richtig Angst! Ah, das auch, klar! Wir haben jetzt Campstar drauf pushen! Ah, du musst hier rein! Du musst hier die Front machen! Was weiß ich denn? Ich hab nur gehofft, ich krieg die schönen im Mosch, aber... Ah, ich muss gestunt! 2.30! Oha! Ja, das hat leider keiner genutzt, so wirklich! Die Walle hat's versucht, aber... Ja, und, äh, ich musste... Ja, so Li Ming ist von Moadin attackiert worden und war kurz vor Tod Das war ein bisschen Fail... Alter! Ah, pass auf, ne? Ich muss grad sagen, das war ein sicherer Kill, Alter! Ja, nice! Danke! Ja, mach mal's! Die Geister sind mit uns! Ich werde dieses Land von eurem üblen Einfluss befreien, aus der Burt der Hölle! Ich habe mich noch nicht verstanden, aber ich werde schnell auf den Weg her! Ich werde mich nicht verraten, und die ich nicht verraten! Das war's! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich muss nicht für den perfekten Moment sparen. Aber letztendlich habe ich das ja auch gar nicht wirklich gemacht. Nur wasten brauche ich's auch nicht. Naja, klar. Aber das war ganz okay. So, 16 Minuten Game, ne? Ja. Ja.